holen hallo youtube herzlich willkommen zurück zu let's play 4 part 18 ja ich weiß ja immer dieses dadurch aktie spielband ist mir aufgefallen auf f9 habe ich standardmäßig fraps aufnahme und auf f9 ist hier standardmäßig dieses spielband nachricht aber stört ja nicht ich möchte es noch nicht umstellen nicht so wie in scope 21 äh der n nico der hat ähm die schätze offenbar auf öl liegen oder letzten mal bei seinem minecraft video geschrieben und mittendrin aufgenommen weil er irgendwie keine ahnung irgendwas mit öl schreiben wollte wo muss ich denn jetzt hier durch ich bin durch das nicht aufmachbare fenster krass das geht ja wirklich wup wup so meine maus hatte gerade ein bisschen spack medicaid tür geben die noch joo jungen ich werde euch alle meine freunde hä meine maus wandert von alleine Ähm, Gegner. Oh, what the fuck? Gefucktes Mischstück. Auf dich hab ich gar keine Lust. Ähm, tut, 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 tut. Noch ein Medikit, noch ein Medikit. Und... ein dunkler Raum. Oh, sind das viele? Ja, ich schieße mit nem Rocket Launcher. Mischstück. So, aufgehoben. Drei Schuss. Naja, weil wir doch nur... Oh, Mod Multiraketen. Die ist geil. Okay, die ist mega scheiße, aber... Jetzt hab ich doch Bock drauf. Guck mal, jetzt krieg ich mal wieder Medikit-Satten-Mass hier, ey. Oh, Mass. Bestimmt muss man über dieses Kissen drüber her. Yo. Checkpoint wird gespeichert. Und flug. Also ich werde jetzt noch eben schon das Spiel zu... ...spitzeende aufnehmen. Das war jetzt mega schwer. Oh, ja. Wer will Beef? Kommt her, meine Freunde. Aber irgendwie, man kriegt von manchen Waffen echt so wenig Munition. Die bauen hier Waffen ein. Oh, ich hab das Teufel runtergeschossen. Ähm, die bauen hier so ne Waffe ein, aber man kriegt dafür ja nur 2,5 Munitionen bis jetzt. Ist doch ganz schön scheiße. Aber dafür kann man nicht mal diesen Triple damit machen. Oh mein Gott, ich hab gar keinen getroffen. Und dann... LOL. Aber dafür jetzt diesen schönen Triple. Und noch den... ...vierten hinterher. Da... Also... ...nach hier durch. Aber vorher kann ich nochmal das Dreh durch. Die Abelmaier-Anlage liegt gleich davor. Offenbar ist das größte Kontingent feindlicher Truppen in diesem Gebiet. Ach so. Das heißt, von einem Bataillon haben wir jetzt... ...bestimmt, sagen wir, dauernd Leute getötet. Und das heißt, hier sind noch 700 Leute, die Stress wollen. Das kann ja nur spaßig werden. So. Kein versteckten Raum, den man sonst nicht findet, wenn man nicht so cool ist. Oder ist das sogar ein Weg, wo man... Ja, hier muss man sogar weiter. Und Checkpoint. Ich weiß gar nicht, wie lang das Spiel mehr ist, aber ich ahne, dass es nicht mehr so lang sein kann. Weil es ist ja jetzt schon ziemlich lang. Boah, ey, haben sie es heute mit dem Autofahren? Hä, ich bin noch... Hä, ich bin noch zurückgelaufen. Unlogisch. Unlogisch. Das heißt, ich werde ihn einmal kurz nach vorne vorbeiluken. Heiho. Heiho. Und jetzt ist er weg. Neuuuun. Mahlzeit. Viel Spaß da unten. Schön fliegen gelernt. Boah, Angst dafür ist eine Musik. Egal sowjetivität. Irgendwas cooles passieren. Mann, Mond. Die Situation in Orben scheint sich zuzuspitzen. Kurz nachdem ein Hubschrauber des US-Militärs auf dem Dach eines leer stehenden Hotels abstürzte, wurden heftige Kampfhandlungen in der unmittelbaren Umgebung gemeldet. Die Polizei hat das Sperrgebiet auf Orben ausgeweitet und mit der Evakuierung des Industriegebiets begonnen. Warum fahren die eigentlich alle so krass wie in den Autos? Haben die alle keinen Führer schon, diese geklotenen Viecher? Boah, schön lineare Wege. So will ich das haben. Kann man nichts schief bauen und speichern. Und falsch machen. Ähm, entweder meinen die mit Commander mich oder Paxton Vettel. Also wenn die mich meinen, fühle ich mich ziemlich geehrt, natürlich. Und... Action. Also wenn die mich mit Commander meinen, weil ich bin doch gerade jetzt in die Einheit aufgenommen, wie kann man schnell wählen, man denn hier Commander. So, und jetzt soll es auch mir linear werden, oder was? Doch nicht. Na doch. Was bringt mir das hier ab? So. Ähm, Leiter. Nicht Leiter. Das ist ja auch gemein. Ja, hier drauf, du. Oh, das ist nicht schlimm. Franke. Noch wer. Über Stress, Beef und so. Jau. Jetzt ist hier aber auch wirklich Schlachthof. Geh drauf. Wie komme ich denn da hin? So, Medi-Pill aufgenommen, kurz direkt wieder einsetzen. Hier. Ich glaube, hier komme ich nicht mal weiter. Mahlzeit. Ach doch, ich muss jetzt hier runter. Und dann so. 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 Und dann habe ich es geschafft. Und yeah, Muni. Warte mal. Doch nicht. Alles klar, da muss ich wohl doch durch das Loch durch. Ist dahinter noch was? Noch ein Loch. Ach so, hier wäre ich sogar zu Medi-Kick gekommen. Randdrehen, auch nichts. Weiter. Ist hier gleich Kapitel zu Ende oder so? Boah, ich gehe lieber hier. Keine Gegner? Was ist denn los? Pistol. Was habe ich denn? Ach, ich weiß nicht. Was kann ich hier lieber die Pistol mitnehmen? Wie ist der Pistol-Häckchen? So. Warte mal. Halt, äh, hier unten bestimmt, ne? Ja. Checkpoint wird gespeichert. Ach, warum fail ich denn beim ersten Schuss? Sonst wäre der One-It gewesen. Aber nein, ich muss ja failen. Ach, nö. Alles klar, ich brauche was anderes. Nein, nein, ja. Geh da jetzt einfach drauf. Danke. Ähm... Der lebt ja. Aber jetzt geht mir die Muni aus. Nicht mehr. Das sind zwei. Das sind zwei ineinander. Was war das denn schon wieder? Boah, verdammte Scheiße. Willst du auch noch, oder was? Willst du noch Beef? Ja, willst du Beef? Das war's schon aus. Das ist ja sehr langer aus. Sind die alle schon ein bisschen angeschlagen gewesen? Oder warum war das jetzt so einfach? Da will ich aber rein. Da will ich rein. Ich will mein Medikit und ich will mein Penetrate-Gerät. Ich will... Ach, nö. Nö. Seh ich nicht ein. Doch, seh ich ein. Was wollt ihr? Was? Was? Was die immer so viel Stress machen müssen? Danke. Danke. Da ist wieder ein Rocket Launcher. Aber jetzt habe ich gar keine Lust, den gegen meine Sachen einzutauschen. Weil das Ding auch einfach schäbig ist. Down. Down, 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 down. Danke. Hat irgendwas getroppt? Nö. Da? Ja, richtig. Sie ist jetzt nahe. Ihre Präsenz ist stark hier. Uuuuuh. Kacke. Ich habe Angst. Ich muss weinen. What the fuck, Ju? Was ist dat denn? Gibt's hier jetzt nicht genau andere von diesen Mordorff-Leuten? So, ihnen war eine neue Waffe. Oh, yeah. Was ist das? Mann, die ist ernst? Die Waffe kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Da ist ein Partikelgewähl. Ja, aber ich finde gerade die ganz schön lustig. Und die hat einen richtig dicken Bolzen. Ah, jetzt muss ich hier runter, oder was? Da oben ist hier eine Lampe. Alter, bitte, bitte lass mich einfach laufen. Ich hänge überall an den ganzen Kisten fest. Warum erfindet man Raketenwerfer, wenn man im Häuserkampf ist? Mancher nur mal so, nebenbei. Eskalation ist doch immer gut. Und mehr Beef für mich. Und so. Macht viel mehr Spaß. Das ist aber echt ein ganz schön dicken Kolbenerteil. Das möchte ich nicht unbedingt gerne... Boah. Unbedingt gerne durchs Gesicht gezogen bekommen. Danach haben wir auf jeden Fall Kieferschmerzen. Ich muss nochmal im zweiten Netzplayer auf unbedingt drauf achten, dass mit meiner Aufnahme das besser wird. Ich weiß nicht, wieso, aber Fraps macht immer so ein leichtes Rauschen. Boah. Boah, krass. Der hat mich jetzt gerade richtig erschrocken. Fucken Scheiß-Teil. Gehe jetzt schon wieder mit diesen Unsichtbaren los. Ich dachte, die würden jetzt erst wieder im zweiten Spiel kommen. Also in der Extraction-Point. Weil da ist Extraction-Point, kriegst du eh irgendwelcher Halsschlag kaputt und alles. Da glaube ich gehe ich auch bei drauf bei dem Spiel. Weil die sind richtig gruselig. Aber richtig gruselig. Also schlimmer noch als Dead Space 2. Da ging jetzt Dead Space 2 gar nichts. Finde ich. Das ist ja gerade so ein Moment, wo was auftauchen würde. Ja, sieht, ist wieder vorbei. Schade. Ich dachte, die würden hier mal was drunter verstecken. Wir können das Ding nicht aufhalten. Wo ist das Scheiß-Ding hergekommen? Haha. Mein Feind töte mein Feind. Man sagt ja auch. In der Bibelstelle ist er so geschrieben. Dein Feind. Äh, der Feind hat ein Feindes. Das ist dein Feind. Boah, was ist der Aufdruck? Da muss... Und jetzt soll ich gehen in den Kämpfen bestimmt. Oh. Na ja, auf jeden Fall ist der Part zu Ende. Und dieser Kampf wird, äh, verschoben. Bi-bi-bi. Na ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Video wieder anguckt. Euer Max Tor. Ciao.